Hallo Freunde der Endzeit. Willkommen zurück zu Borderlands. Okay, das tut mir nicht weh. Zu Borderlands, unserem Let's Play Together mit... ...Sexy-Freund-Balli-Fight. Ich sabotier die Einleitung. Ich hab erst gedacht, das schadet mir wieder. Naja, aber es ist laut, hast du gesagt. Ne, ich hab gesagt, es schadet mir. Ne, ne, das gibt dir HP zurück. Ja, ja, aber wenn wir uns im Duell befinden, wie das letzte Mal in der Arena, schadet mir das. Und man findet sich. Das ist generell schädlich, irgendwie in die Arena zu gehen. Das ist die total miese Camper-Bombe. Was? Camper? Ja. Du hast gecampt, ne? Ja, eben. Ja. Hm. So, was machen wir jetzt? Naja, die vermissten Personen. Achso, sollte ich vielleicht markieren. Ich hab gedacht, die wären hier in dem Kaffchen. Achso, sind schon markiert. Ne, die sind hier hinten irgendwo, aber ich weiß nicht. Mal auf die Map schauen, das ist glaube ich... Ja, wir laufen richtig. Das ist gut. Wir hätten uns ein Auto holen können, weißt du das? Was meinst du, was ich grad mach? Ah. Alter, Fuchs wieder. Haha. Ey, wieder aufgepasst. Ey Süßer, brauchst du ne Mitfahrgelegenheit. Ne, ich bin schon da. Ha, gar nicht. Müssen wir da rein, oder was? Ne, Quatsch, müssen wir gar nicht. Ne, hä? Doch, da hoch müssen wir. Wo hoch? Ne, in das Tor müssen wir nicht rein, da kommen wir ja wieder zurück. Ah, hier sind auch noch Automaten, cool. Uh. So, oh. Ich hab den Sean gefunden. Schön. Mit einem Tagable. Äh, lol, und wir kriegen tausend Erfahrung. Ähm. Hm. Was? Ein Unrecht hebt das andere auf, ist die nächste Quest. Okay. Die müssen Weaver töten. Weaver, die Sau. Gerne. Okay. Gibt's denn hier... Aua. Uah. Ich glaub ich komm hier nicht mehr runter. Doch, ich komm wieder runter. Ich find's schön hier oben. Hä, soll die die Sirene normalerweise in SMG tragen? Ja. Hier gibt's... Ah, okay. Tja. So, komm, steig ein. Wo bist du denn? Ja, das ist die Frage. What, what the fuck? Äh. Auf einem brennenden Haufen bist du. Hm. Mit dem Auto hochgefahren. Hm. Das ist in mehreren Punkten schon... ...unlogisch. Gar nicht. Kommst ja wieder runter. Cool. Na klar. Ich glaub ja, du hast dich wieder festgefahren. Nein. Da hätte ich mich drüber beschwert. Außerdem mach ich sowas nicht. Äh, töten wir jetzt eigentlich Weaver? Wo ist denn das? Ja, ich dachte schon. Weiß nicht. Hier, irgendwo. Ja, dann... Warte mal. Ah, unsichtbare Wände. Ne, das ist ein Quams Canyon. Ah. Da wo wir auch noch zwei andere Quests haben. Komm hier wieder raus. Fahr erst mal nach West Commons West. Ups. Mit Gewalt unbedingt durchs Tor. Ja. Bin ungeduldig. Falls du eine schnelle Schusswaffe suchst, brauchst du eine... ...Fladow. Bei mir steht mehr Spieler gleich... ...mehr Gegner. Hm. Schön. Jetzt... Da hoch. Mach sie ja! Und dann bei der nächsten Gelegenheit nach links. Zebrastreifen oder wat? Was, was? Bei der nächsten Gelegenheit nach links. Und dann jetzt so rechts halten. Hoch, 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 links, links, links... Nein, zurück. Du hast gesagt rechts halten. Ja... Ja, hast recht. Jetzt rechts halten. Perfekt, und dann müssen wir rein. Ich steig vorher, schau mal auf. Da oben leuchtet was. Ich hab ein Quest-Item gefunden. Und noch eins. Hier leuchtet es überall. Mit Vögel aufgescheucht. Vögel! Oh. Ich sehe keine Vögel. Vögel! Irgendwo... Ich wurde grad angegriffen. Ach, das bildest du dir nur ein. Nein. Warte, wer sagt das? Weiß ich nicht. Ich hab's aber auch gehört. Schwerer Treffer. Oh yeah. Du bist prädestiniert dafür, weggesnipert zu werden. Perfekt. Waffenkiste. Ah, da oben steht noch einer. Guck zu. Repeater, Revolver, Revolver... Revolver. Wo ist mein Schild hin? Ach! Wo kommst denn du her? Du Wichser. Hat sich einer von hinten an mich angeschlichen. So ein Psychopath. Alter. Kommt man da suchen? Na toll. Ja. Nee, kommt man nicht. Doch. Muss man hoch. Ja klar muss man hoch. Noch mehr Psychopathen. Diesmal lass ich mich nicht verarschen von euch. Komm her. Ups. Ha! Und der ist er weg, der Psychopath. Ähm. Achso, ich muss das kaputt machen, das Ding. Das explodiert dann, pass auf. Hm. Schön, das hättest du mir sagen können, bevor ich es mit einer Kampfhafte... Das war noch nicht ganz explodiert. Schön. Ich hab gedacht, das wäre schon ganz explodiert. Komm ich da von unten ran? Natürlich nicht, verdammt. Mach schneller! Ich sterbe! Ich renne schon. Hol Gegner! Oh oh, vorbei. Nein. Ja. Sorry. Das war fey. Ich bin voll... Ich bin voll... Warum sagst du mir nicht, dass die Dinger explodieren? Ja... Ich weiß nicht. Ich mach alles mit meiner Waffe kaputt. Aber ich kann mich dahinter... Oh, das ist ja cool. Oh, das ist ja... Cool. Ich wollte mir grad ein Auto generieren, aber ich konnte mich hier einfach hin teleportieren. Ja. Sollte ich doch nicht immer alle Autos kaputt machen. Nee. Können hilfreich sein. Ähm, hier fehlen uns aber noch ein paar Kisten. Wo sind die? Da in irgendeiner Hütte drin hat noch was geleuchtet. Hier drin? Oder so? Ich hab irgendwo in der Hütte was leuchtend sehen. Da drin habe ich schon kaputt gemacht. Kann ich da rein? Nein. Na toll, für was hab ich den Turm jetzt aufgestellt? Oh, das ist zum Katzen. Keine Ahnung. Hier ist ein Kühlschrank. Hier ist ein Kühlschrank. So, ich hab sie alle. Hm, schön. Dann können wir ja weiter. Ja. Ja. Sie questig sind. Haben wir hier noch irgendwas rumgammeln? Du hast gesagt, wir haben hier noch zwei Quests. Äh, ne, hier nicht. So. Ähm. Ja, es ist doof. Ich weiß jetzt nicht genau, in welche Richtung am besten ist. Ja, wir können erst nach Rust Commons East gehen. Viel Spaß. Ach, wie lustig. Ich kann dich in den Gegner einfach reinschieben. Ja, kannst du. Ich kannste über den Außen fahren. Ja. Watt nur. Ja, ich weiß nicht. Ich muss mich grad wehren. Ah, mein Auto nimmt Schaden, wenn ich über den Haufen fahre. Oh. Das tut mir aber leid für dich. Wisschen. Wir hätten auch einfach dran vorbeifahren können. Ja. Nur so. Dann steig ein. Oh. WTF. Okay. Äh, lass mich schauen. Ich weiß nicht, wir können aber erst noch Chroms Canyon, aber da weiß ich nicht. Ja, wir müssen eh in die Richtung. Fahr mal dahinter. Wohin? Wo leuchtet. Wo leuchtet? Also erstmal geradeaus. Da runter. Da runter? Da runter. Dann rechts. Boah. Dann wieder rechts. Mhm. Netz? Dann wieder rechts. Und da hoch rein. Ich führe mich doch im Kreis. Ne, hier. Ah, unsichtbare Wand. Wand. Hier, was kommen siehst? Was gibt's da oben? Sehr gut. Gibt's da oben was? Wiss ich nicht, kannst ja mal gucken. Gehen. Oh. Weil. Weil? Weil da so ein Gitter auf dem Boden liegt. Soll ich da nicht draufkommen mit meinem Auto oder was? Anscheinend. Ist ja logisch. Absolut klar. Hier rein? Ja. Rust Commons East. Om nom 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 nom. Ja, da haben wir eine Quest zu erledigen. Da müssen wir irgendjemanden killen, glaube ich. Schockschaden wirkt gut gegen Schild, aber den Rest konnte ich nicht lesen. Der Rest ist, glaube ich, auch egal. Da lang? Ne, warte. Nach links hätten wir gemusst. Irgendwie. Okay. Äh, da hoch? Rechts. Halten. Nach links, nach rechts. Entscheide dich doch mal. Da ist ein Kühlschrank. Ne, was fährst du gegen den Felsen? Natürlich um den Felsen herum. Da ist ein Kühlschrank. Ich hab gedacht, da ist vielleicht was cooles drin. Ein Steak oder so. Und da hoch müssen wir dann. Da hoch? Ach so, links hoch? Da was? Jetzt müssen wir diese blöden Sicherungen einsammeln. Ja, hier rein. Geht nicht. Doch. Obwohl. Ohne Auto geht. Gib mir aus dem Weg! Was, what the fuck? Hast du jetzt da reingesprungen? Ne, ich wollt's, aber der ist eine unsichtbare Wand. Ah, perfekt. Wir müssen hier jetzt Sicherungen aufsammeln. Drei Stück. Sicherungen? Sicherungen, ja. So ein Sicherungskasten oder was? Ja, genau. So ähnlich. Ich hab schon einige gefunden. Cool. Die sind in Müllhaufen und allen möglichen versteckt. Hm. Ist das eine Sicherung? Weiß ich nicht. Ne, das ist Shotgun Munition. Leuchtet grün. Leuchtet grün. Kühlschrank. Oh, Schockan Munition. Ups. Ach ja, ach ja. Die sind so viele schon nerven, ey. Wieso geht denn der nicht kaputt? Wer? Na, jetzt ist er weg. Oh. Einfach weg. Einfach weg. Nicht mehr explodieren tut er. Kuschel... Kuschel ist schon wieder mit so einem Säureviech. Die Säureviecher gehen nicht kaputt. Gift. Oh, und ich treff nix. Das ist großartig. Ähm. Meine Güte. Oh, ich hab' ich am liebsten hier explodiert. Oh, der ist gar nicht explodiert. Gigantischer Skidete. Skidete. Oha. 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 Alter. Hast du mir direkt ins Gesicht geflogen? Ja, die können leider auch fliegen. Da hab ich auch gedacht, der fliegt dir ins Gesicht und dann hat er sich in letzter Sekunde um entschieden. Und... So. So, ist jetzt, ist jetzt Ruhe hier endlich. Wir müssen Sicherung einsammeln, Jungs. Ich hab's mittlerweile.